Ja ist ein bisschen doof Machen wir oben nicht weiter Ich hab noch einen Dann setz ihn mal da oben hin Hey guck mal da haben wir den braunen Wer ist braun? Solstice Ja Solstice ist scheiße Kommt sogar Flint noch Flint, Flint, Flint scheiß kommt Ah und Jester ist da auch Ah da ist noch ein Andromeda Bleib auf jeden Fall hier Bleib auf jeden Fall hier Oh 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 Da geht wer leiden Ich bin das Hast du viel Schaden gekriegt Weil dann mach ich das weg Nein, 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 nein Aber glaub Andromeda ist Oh, jetzt schadst du doch Dass du schlau bist Naja ist nicht so schlau Äh geht er weg, geht er weg Oder auch nicht Nein, ich sterbe Oh, schade Ich konnte meine Meine Crystalis nicht draufsetzen Sonst hätte ich den Jester Dabei abbrechen können Und dann kommt Solstice Und Stunt mich Was ein Ficker Oh lol, was ein Noob Hast du die Aktion von Rampage gerade gesehen? Ne, aber ich dachte als er den Pestilence angriff Charger, dass er auch das Multi auf den macht Aber irgendwie Da hat er keine Lust gehabt Der hatte gerade am Ende Ein Charge of Pestilence gemacht Und kurz bevor der den erreicht hat Hat Pestilence einfach sein Stun rausgehauen Und dachte sich Fick dich Ja, als wenn er noch nicht genug gelaufen ist Dann hat er noch keine Magie-Money-Taste Der war ja direkt dahinter Ja, den Tod hätten wir uns gerade besparen können Ja, wir wären besser nicht hinter dem hergegangen Das war halt 4 gegen 3 Das war eigentlich Ja Dann hinterher war es 5 gegen 5 Und da waren wir aber alle schon low Ne, Swiftblade war ja noch nicht mal da Achso Gut Oh, der Charge schon wieder ein Nein, der ist Level 8 Ja, der denkt, der wäre der Größte Oder er hat den Größten Weiß ich nicht Na, da hat jetzt Andromedan Ward gesetzt Du bist blau, ne? Guck mal, wer hier kommt Das Voodoo-Ding ist trotzdem auf den Sohn Das kann man nicht wegmachen damit Wie krass Scheint nicht, aber der stirbt dadurch nicht Ja, aber trotzdem, ne? Ist halt gut zu wissen Ja, hier ist ein Pestilent Okay Naja, ich glaube, hier sind zu viele gerade Ja, lass mal, lass mal Geh weg da Die waren aber gerade alle oben, ne? Ja, ich weiß Vielleicht haben die CP oder so Flint versucht gerade Ne, es war eine Illu Wollen wir Pink holen? Ich hole gerade hier den Tower Oder versuch es zumindest Keine gute Idee Alles klar Lass dir die Reckrunde, da unten mal Ich setz mal ein Ward hier in unseren Wald rein Für Überraschungsangriffe Man weiß dann, wofür es gut sein kann Alles klar Was ist das? Wollen wir jetzt mal Pestilent holen? 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 Ja, ich würde ja Ja, ich weiß nicht Der kann nämlich gerade richtig schön free fahren Wollen wir jetzt mal richtig gut free fahren? Ja, die können alle richtig gut free fahren Oh, da oben stirbt er Swiftplate Der nächste, der glaubt, er sei Imba Und Andromeda rettet ihn jetzt auch noch Und stirbt selber dabei, oder was? Und ich sterbe jetzt auch noch Weil ich so dumm bin und mitgehe Oh, was ist das denn? Ja, das war echt doof Ich hab nicht gesehen, dass da alle fünf waren Deshalb kann ich den Kurier nicht benutzen Der hat den nicht geshared Wer hat den nicht geshared? Ja, der hat da einen neuen Kurier gekauft Also ich kann ihn benutzen Ja, ich nicht Ja, die haben halt drei Carries Die müssen langsam echt mal finishen hier Oh Sonst machen die uns später alle kaputt Wenn sie es nicht jetzt schon tun Besonders Soul-Style ist Ich hasse den Typen Ist die Ausgeburt der Beschissenheit überhaupt Ja, weil Malek hat gleich shrunken hat Uh, da war aber gerade ein ganz cooler Komm schon Jawohl Das war, glaube ich, wichtig, den mal wieder zu töten Lass mal Mitte pushen Mal eine Lane holen, ne? Was hat der denn? Rund X hat er mal Endlich mal 20 Minuten geht aber eigentlich noch Hab ich schon schlechteres gesehen Ja, dafür, dass der unten First das hatte Und all das Ja, das stimmt wohl Oh, und was macht der Orange, ne? Geht weg Der Orange war ja die ganze Zeit noch nicht dabei Ich habe den Tower versucht, er sich zu holen Ja Ja, gibt schon komische Leute Template habe ich jetzt auch Oh, das hat den Kugeln mit mir geschert Na ja, ich muss jetzt erst mal B gehen Tablet abholen Tablet abholen Dann hole ich noch mal Wards So Was geht da wieder drauf? Oh, vielleicht bist du jetzt erst mal Oh, Pestilans Portal War nicht gut Ne, hier läuft so einiges nicht gut Boah, lol, Andromeda Wenn man so schlecht spielt, kann man aber nicht andere Leute flamen Guck mal hier oben Jetzt haben wir wenigstens wieder eingekillt Aber immer nur Solz da ist Ja, wir müssen langsam mal die anderen töten Sonst wird das nämlich nicht gut Ja, die sind alle da Und die können Wards kaputt machen Also haben die entweder einen Anti-Ward oder ein Ei Boah, das war nice Wie der Ding gerade auseinandergenommen hat, war aber nice Oh, lol, wie dumm Zwiftblade, unser Anführer Der weiß, wo es lang geht Was ist BB Keine Ahnung Also ich kenne ne BKB Aus Dota, aber ne BB Sagt mir gar nix Oh, nicht mehr nix Hey, 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 BB, UCA, motherfucking-Guy, hey, yo, man Der ist einfach weggegangen Ich bin tot Zwei Leute Unmittelbar neben mir Und keiner kommt und macht irgendwas Hey, 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 hey Hey, hey, hey Oh, leil Oh, oh Ich glaube Ich verkehste ja immer, dass ich jetzt den Sport Ja Ich wollte gerade sagen Irgendwie machst du da gerade was nicht ganz so richtig Und dann kommt noch Voodoo-Jester Mit einer einzigen Kugel, ey Ne, ich hatte noch das Voodoo-Zeug Oh, das macht mir da auch Tja, was am Anfang mal so gut aussah Oder sah das überhaupt mal gut aus? Ich bin gerade am überlegen Weiß ich nicht Ich habe vergessen, dass Pestilens den Portal-Key hat, ey Ich wollte einfach nur den stören, damit der Drumpager wegkommt Aber der Flint hat schon und ist Jetzt machen die beide Tower Ja Ja, ich muss da hier hin jetzt Ein bisschen Deffen Ah, fuck Das war so knapp gerade mit dem Denain Ein Hit weniger und es wäre ein Denain gewesen Ja 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 Alles Alles Genau Ja Also Entferbar gibi Ja Ja, bin ich auch mal für. Aber dazu müssen wir vorher wen rausholen. Ansonsten können wir pushen, wie wir wollen. Da fliegen uns eher die Pushen um die Ohren. Da zum Beispiel. Den müsste man rausholen. Da ist noch ein Flint. Und da oben kommt auch noch ein Solstice. Die haben alle schon gehalten. Ne, Flint hat Genjuro. Ja, vielleicht ja auch. Rampage geht wieder auf Rampage. Rampage geht auf Rampage? Achso. Mal runter ausrasten. Oh, guck mal was hier unter uns ist. Ja, geh weg da. Ja, danke du Miststück. Na warum sollte ich da noch rettet? Und dann noch so dumm laufen, ey. Anstatt den direkten Weg zu nehmen. Was läuft irgendwie nicht so, ne? Nö, die sind einfach nur zu dumm. Die gehen mir immer... Ja, einfach mal alle irgendwie scheiße laufen. Mal gucken, ob wir den Flint da unten kriegen. Ja, läuft schon wieder weg. Mehr dazu. Wer ist hellblau? Swif. 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 ekriegt jetzt auf die Fresse. Hab ich gehört. Certainly. Müsst immer noch pushen. Bringt nix. Sonst verdienen wir das. Okay. Weil die beiden gleichzeitig rauskamen und Monarch einfach nur die gleichen Sprüche wie Engineer hat, nur einmal in weiblich und männlich. Es ist ein Zweierteam und sie spielen beide genauso beschissen. Sie sind beide gleich schlecht, das ist doch auf eine Art und Weise auch gut. Ja, aber da eine... Ah, ne. Blau, also hellblau und purple. Oh, hier oben ist was. Was will der machen? Der will jetzt den ganzen Tag herlaufen. Wie du siehst. Und jetzt ist er auch schon. Pass auf, jetzt wird sie da wieder gegrillt. Nimm sie doch, Mann. Jetzt müssen wir pushen. Nimm sie doch mal an.